S-Tierbox haben. Das macht mal einfach jetzt. Achso, die Krise haben wir nicht mehr so viel genommen. Das ist das? 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 Jetzt will ich mal nächstes. S-Tierbox. Riesenbaum. Das ist das? Diese Riesenbahn. Jetzt kommen wir dir schon dazu. Wir sind klar. Duların jetzt nicht zu нормально. Ihr will das sehr viel ändern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Norddeutscher Rundfunk 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 Da, ich stehe mir jetzt Das ist so gut, Gott, da So, wenn er nicht überkehrt ist, zum Vorrecht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und da geht's. Schön zu fahren. Prospekt, Lenin. Vielleicht möchte ich auch mal eine Straße hier. Könnt ihr mir da auch mal eine geben, wenn ich euer ganzen Land so schön darstelle. Es gibt kleine Ausnahmen, das ist ja sehr schön. Und dann gibt's vielleicht auch mal eine Straße für den Weg. Könnt ihr auch mal machen. Ich kann euch den Namen nicht sagen. Das ist eine Anfrage. So eine aus Tartaris da. Mit der speziellen Kappe auf. Das ist nämlich einer von hier. Heißt die Straße bestimmt so. Ja, mein Name ist Uwe. Uwe. Prospekt. Nennt das doch mal Prospekt. Uwe. Na, direkt so eine Straße kann ja auch keine zum Erfüll halten sein. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, dass sie die, die ich besonders gut dargestellt habe. Oder die irgendwie besonders gut gemacht habe. Aber mich nicht besonders gut dargestellt hat. Ja, das ist ja auch für den Weg. Das muss ja auch als der Weg sein. Obwohl er kann ich ja nicht noch gut finden. Das muss ja auch für den Weg kommen. Das muss ja auch für den Weg gehen. Das muss ja auch für den Weg nehmen. Ja, das wird auch mal schnell becken. Russland hat das Samen zusammen. Dann auf Baltikum auch noch mal sechs Tage. Das ist so, dass wir uns schon mal rumverarbeiten. Wir können gerne mal eine Straße nach einem Vornamen, einen Weg auf den Nachtamen. Aber jetzt. Das wäre mal ganz, das ist wirklich cool. Dann kann man sozusagen uns freuen. Zuhause würde niemals eine Autidee kommen. Die Straßen, mal meinen Namen zu nennen. Zuhause bin ich eher gefürchtet. Der Prophet gilt ja nicht zum eigenen Land. Das ist ja was. Na, weiß man nicht. Hier mit deutscher Placke vorne ein Auto dran lassen. Das soll alles neutral sein. Aber hier scheint das immer super anzukommen. Und da sind wir unzufrieden. Der Brianz war ja über ein Hochkonzert unterliegen. Ja, genau. Das haben sie auch gesehen. Am Ende steht. Endlich sind die Deutschen wieder da. Und so eine gute Sache. Das war es ja nicht. Hier jetzt nicht so hoch werden. Oftmals wird ja da hoch gegeben und so weiter. Da sind wir ziemlich häufig. Aber da sind die Einfluss. Alle sind so hoch. Da sind sie heute in der Rheinland-Krise. Die Windel in der Rheinland-Krise. angreisen hier in der Rheinland-Krise. Nachmittag Ich kann mir vorstellen, dass viele Deutsche sich das in der Hand gucken und sagen, Mensch, da haben wir immer gedacht, dass wir auf den West hier in Russland kommen. Und dann ist das ja doch so easy, Deutsch wegzunehmen. Kannst du ja sehen, das ist ein Problem. Außer die Fahrt, wo man schnackt. Aber sonst ist das ja egal. Und dann geben wir Geld raus und bezahlen. Vielleicht mal geblitzt oder so. Ich weiß nicht, wie das denn abkommt. Das muss man sich ja noch mal auseinandersetzen. Einmal die 50 Stücke werden schnell gegangen. Klimozari. Aber jetzt ist alles wieder was. Weil es weg dort ist. Nicht alleine. Das wird's nämlich sein. Wir sagen, ich darf weiter auch nicht. Vielleicht weiß ich nicht besser, sagen wir einen oder anderen. Ob ich hier erstmal so ein grober renkluge. Ich weiß nicht, das ist ja schon wichtig. Ich weiß ja gar nicht, was wir kennen. Was wir da sehen. Ich weiß nicht, was wir da sehen. Ach und der Zucker-Kutz-Frau. So müsste meine Kutz-Frau aus. Äh, hab ich ganz klare Vorstellung. Da guck ich mir das doch gerne an. Also, Kutz-Frau ist recht und bedenkt. Deutschland, Arbeitsverordnung. Und so muss ich dann schon mal aufsehen, dass der Schuhklasse... ...dreht auch noch mal auf. Das ist ja auch noch mal auf. Das ist ja auch noch mal auf. Das ist ja auch noch mal auf. Da muss jeder... Jeder andere muss sagen, Mensch, der hat damit keine Funktion. Ja. So muss ich auch sagen. Da muss jeder... Jeder andere muss sagen, Mensch der hat damit keine Funktion. Ja, so muss er sagen. Ja, das hat das ganz schön. Also, das könnte ich gleich hier. Also, ein Stück aussehen. Der Uwe, der hat aber eine geile Funktion. Ah, das ist ja meistens kein Bild. Dann wollen wir den Berg wieder hoch. Ich hab' ein kurzer, der ist ja am Rasten. Der ist noch nicht. der ist halt von der Kontrol. Die ist halt von der Kontrol-Klasse. Das ist halt von der Kontrol-Klasse. Das ist immer wieder zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020